Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Oddworld New & Tasty. In der Folge 36 mittlerweile schon, glaube ich, sind wir. So, wir sind im Menü. Ich habe mich mal wieder eingeloggt. Ich kann es gar nicht abwarten, weiter zu spielen. Hier ist unser lieber Abe. Ich wollte mal kurz gucken, was bei Extras geht. Filmprojektor, Mitarbeiter. Nope, das will ich eigentlich gar nicht. Einstellung, was gibt es hier? Steuerung, Grafik, Audio. Was gibt es da bei Audio? Soundeffekte, Untertitel, Sprache. Was habe ich denn? Ja, Deutsch, ne? Ach, lol. Nein, Deutsch. Ja, ist ja alles gut. Komm, wir fackeln mal nicht lange. Wir gehen mal direkt ins Spiel hinein. Vorsetzen. So. Ich weiß gar nicht, wo wir zuletzt waren. Das ist jetzt zwar nur ein Tag her, aber im Grunde genommen habe ich es wieder vergessen. Ah, ja, alles klar. Wir sind... Äh... In Zulag 2. Genau. Ich habe auch keine Ahnung mehr genau, was hier nochmal abging. Ich glaube, ich hatte gestern schon ungefähr eine Lösung parat. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Wie geht's dir? Sorry. So, dann kann ich mich ja jetzt in die Luft jagen. Sorry, ich musste gerade ein bisschen leiser sein. Ich muss dann immer mich konzentrieren und genau zuhören, was der überhaupt da sagt. Darum war es gerade für eine kurze Zeit etwas leiser. Oder meine Frequenz ist auf jeden Fall ein bisschen drunter gegangen. Meine... Äh... Ja, meine Wörterfrequenz. So, wir sind also hier. Das ist Zulag 2. Was sind denn diese... Schlösser? Was haben die zu bedeuten? Wahrscheinlich ist das dazu, ne? Ja, boah, keine Ahnung. Das Gute ist, wir haben jetzt hier auf jeden Fall erstmal die... Auf jeden Fall ziemlich lange Zeit, um mal hin und her zu laufen und uns erstmal das Ganze hier anzugucken. Ähm... Gleich mal nach oben, mal schauen, was hier los ist. So, hier haben wir zwei Tore. Drei. Und das ist zu. Ach so, hier geht's nach Zulag 3. Aha, sieh ja da an. Ne, wollen wir ja noch gar nicht rein. Dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall genug, äh... Platz und Möglichkeiten, um mal hin und her zu kommen. Also diese Miene... Lol. Ja, ja, dann ist ja schon ziemlich klar, was hier Sache ist. Äh... Ich muss hier noch ein Stückchen weiter. Jetzt hat er den umgebracht, ey. Was ist das für ein Schwein? Äh... Ne, ach so, ist ja ganz easy. So, und dann einfach durchspringen. Hä, lol, warum... Geht der nicht in die Miene rein? Will der mich rumpelverarschen? So. Ich würde sagen, und dann renne ich hier einfach, damit er erst gar nicht schießen kann. So. Jetzt ist er ja da, glaube ich, durchgelaufen, oder? Ne, noch nicht. Ach, scheiße, hier ist dieser Schandunterbrecher. Ich spreche mal ganz kurz hier. Moment. Ach so, einer ist hier auf jeden Fall durchgelaufen, glaube ich, oder? Und jetzt schlafen die hier. Okay, verstehe. Zwei schlafen hier. Hier haben wir noch allerhand... ...Modokons zu befreien. Alter, 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 wirklich? So. Ich habe voll Angst, das hier zu betätigen. Ah, das ist nachher dafür da wahrscheinlich, um... Ich habe keine Ahnung. Alles cool, alles cool. Das ist nachher da, um die hier oben zu befreien. Eventuell. Ähm... Ich müsste jetzt hier eigentlich mal sagen, erst mal... Ich nehme den erst mal hier hin und sage, du bleibst hier. Die da unten, die darf ich auf keinen Fall aktivieren. Das ist schon mal safe. Weil ich sonst Gefahr laufe. Entschuldige, ich muss ja gerade ganz kurz die Musik lauter stellen. Äh, leiser stellen bei mir. Was ich sagen wollte, ich laufe sonst Gefahr, dass die erschossen werden, weil die ja nicht arbeiten. So. Jetzt legt euch bitte beide schlafen. Beide schlafen legen. Hallo. Ist das in Ordnung? So. Ich habe ja jetzt Bomben. So, die Minen sind down. Kann ich das Teil denn zerstören? Ich glaube schon. Nö, das scheint sich nicht zu zerstören zu lassen. Ne, auch in Ordnung. Auch in Ordnung. Wobei ich mir nicht sicher bin. Ich, äh... Schleich nochmal zurück. Ich werde jetzt... Ja, wenn ich den Schatter betretige, ist schon mal klar, dass... Die Dinge aufwachen. Das heißt, ich muss die wegbomben. So, jetzt hier ganz leise. Ich speichere mal kurz. Lol. Dann lässt sich das ja doch zerstören. Wie komisch. Dann habe ich das gerade wohl nicht richtig getroffen. Ja, ich hatte eigentlich auch so eine Erinnerung. So, ich speichere mal ganz kurz, dann gucke ich mal, was hier passiert. Ach so, jetzt fährt das ja runter. Okay. Ja, dann kann ich da nachher wohl durch. Ja, dann werde ich jetzt folgendes tun. Ich werde mit dem einfach hier reinlaufen. Den brauche ich ja so weit nicht mehr. Warte. So. Hier kann ich doch wohl runterspringen, ohne dass irgendwelche sterben, oder? Ja. So, jetzt habe ich alle, oder? Komm mit. So, ich schaue nochmal ganz kurz. Hier ist alles cool. Hier kann ich nicht schaden. Okay. Warte. Ach, Leute, mach mir alles nach. Das ist lustig. Easy. Also, keine Ahnung, ob ich das gerade nicht geschafft habe. Hallo, rein mit euch. Juhu. Das heißt, ich habe jetzt wieder die ultimativen Fash-Guy-Töne. Mit denen kann ich sämtliche... Ähm, oh, gar nicht, ich habe sogar drei Aufladungen. Keine Ahnung. Ach, wahrscheinlich, weil es über Pro-3-Muducons zählt. So kann ich die doch alle befreien auf einmal. Aber was ich sagen wollte, ich kann jetzt auf jeden Fall... äh, sämtliche bösen Slicks töten. So, hier hole ich mir nochmal ein paar Bomben. Fünf Stück habe ich selbst im Stizzle. Ich speichere mal ganz kurz. Da oben scheint auch noch mal irgendwo was aktiv zu sein. Ne, 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 so machen wir das nicht. Dann laden wir noch mal. Boah, ich muss das noch mal weg. Ah, cool, hat so geklappt auch. Ich weiß nicht, ob ich die da oben kriege. Ja, habe ich. Ja, geilo. Wie viel habe ich jetzt noch an Aufladung? Ich hoffe mal zwei, jawohl. Geil, die haben wir gekriegt. War ja easy. So, was bringt denn das hier? Äh, hat mir jetzt gerade mal null gesagt. Ach, äh, das kann natürlich auch gewesen sein, dass das dieses Schlosssymbol war. Und dass ich jetzt hier für Zulag, äh, drei sämtliche Schlösser öffnen muss. Verstehst du? Und ich jetzt gerade eben halt eins betätigt habe. Ja, das wird sein. Ich glaube, ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Muss ich sowieso. So, hier. Fahr ja auch noch mal kurz runter. Und dann drücke ich noch mal auf die Karte. So, wenn da jetzt ein grünes Schlosssymbol ist, dann weißt du Bescheid. Zulag. Ähm. Ich meine, es wäre eins weniger gewesen. Wir waren ja gerade, wo waren wir gerade? Wo waren wir gerade? Ach so, da unten waren wir. Ja, genau. Da ist jetzt dieses orange Schloss. Ne, wenn man jetzt ganz unten guckt, dann ist jetzt ein orange Schloss. Dann sind das schon diese drei Schlösser. Beziehungsweise jetzt sind es ja nur noch zwei rote. Dafür da, dass sich, äh, dann sich die Tür für Zulag, äh, drei öffnet. Und die Mudokon-Gesichter da, die sind wohl die, äh, zu rettenden Mudokons. Die werden jetzt angezeigt. Weil ich ja scheinbar neue Fähigkeiten habe und so weiter und so fort. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass meine Expedition nach Paramonia und Scrabania, beziehungsweise in den Tempel von den beiden, äh, Wesen, mir jetzt eine richtige Power gegeben haben und neue Skills. Und dementsprechend kann ich jetzt mehr sehen. Hier sehen wir auch drei, beziehungsweise zwei rote Leuchten noch. Eine ist schon grün umgesprungen. Gerade war sie noch rot. Das heißt, unsere Annahme ist richtig. Dann gehen wir mal in die nächste Tür. Hungriges Lock. Okay, hier ist schon mal wieder safe, dass da Hunde rauskommen. Und wenn ich hier durchgehe, kommt wahrscheinlich auch wieder ein Slick. Ich renne mal. So, wenn ich den Hund jetzt, äh, den, ähm, Slick gekriege, dann kann ich die scheiß Köter kaputt knallen. So. Können wir noch welche? Ich laufe hier nochmal rein und raus. Hier kommt nix. Alles cool. Das, ach so, dann war diese Schranke dafür da, um, um, ach, was heißt, ich weiß nicht. Ach so, um die Hunde zu aktivieren. Ja, komm. Dann raus mit dem. Den brauchen wir nicht mehr. Wir können damit erstmal nichts anfangen. Wir springen mal wieder raus. Gucken mal kurz auf die Karte, die uns wahrscheinlich das gleiche sagen wird, wie wir auch vorher. Ja, so, Zulag, da haben wir hinten die Mudokons, die wir zu retten haben und das Schloss. Ja, Zulag 2 ist ja recht easy, glaube ich. Ähm, ja, so. Wir haben noch eine Bombe. Die sollten wir nicht verschwenden. Das ist dafür da, dann kann er hier weg. Okay, ich hoffe mal, dass wir ihn jetzt nicht weiter brauchen. Das Schaden ist halt dafür da, dass wir da die Mudokons befreien. Ach, scheiße, jetzt habe ich vergessen, den Schalter umzulegen. Den brauchen wir ja noch. So. Ne, ich steh mal auf. Ich schleiche jetzt mal den restlichen Weg. Ich schleiche auch noch mal ganz kurz, weil ich höre da Schnarchgeräusche und dann gehe ich mal davon aus, dass da, wie es jetzt mir auch bestätigt wird, ein Slick noch rumliegt. So, hier ist der nächste Ort und hier sind auch schon wieder böse Hunde. So, speichern. Und. Okay, das war Hardcore falsch. So, dann ist das Teil down. Dann können wir den ja auch schon wieder schnappen. Mit unserem Zaubergesang können wir jeden übernehmen. So. Darauf war ich vorbereitet. Ha, 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 Bolter, wie viele sind das? Ihr Scheiß-Logs, ihr habt mich so oft, äh, abgefuckt, ne? Das glaubt ihr gar nicht. So, und. Knallbomben. Vielen Dank. So, everyone. Follow me. Sag, danke. Ich höre mir noch mal eine Bombe, wenn ihr nichts dagegen habt. So, und dann, bitte. Geht in die Freiheit. Und ich dürfte wieder drei Aufladungen haben, meiner super tollen Special Ability. Ne, nur noch einen. Lol. Ach so, der hat auch nur einen gegeben, sehe ich hier gerade in das Portal, aber ich. Im Grunde genommen hätte ich die hier nicht gebraucht. Weißt? So. 77 haben wir jetzt schon befreit. Wir schauen mal rein, was das hier hier so kann. 15 müssen wir noch befreien. Äh. Und die sind vielleicht da oben. Das sind 1, 2, 3, 4 Modokon-Gesichter. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja auch noch mal ein paar Geheimgänge. Es könnte, ich kann mir das kaum vorstellen, dass das so easy ist. Ach so, hier diese Schranken. Oh oh. Die Schranken, ähm, was wollte ich sagen? Ach so, ja genau, resetten meine Fähigkeiten, habe ich den Eindruck. So. Ich sehe gerade, die Zeit rennt schon wieder. Wir sind schon ein bisschen drüber. Aber, äh, macht nix. Wir sehen uns dann gleich wieder, beziehungsweise, ihr müsst leider noch einen Tag warten. Es sei denn, ihr habt ein bisschen weiter Vorrat. Dann sehen wir uns wirklich gleich wieder. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Dann, äh, bis gleich. Oder bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.